Wie werden wir in den 90er Jahren essen? Vielleicht so? So? Oder so? Wenn Sie wissen wollen, wie wir in den 90er Jahren essen, die Frauenzeitschrift Prima zeigt es Ihnen. Prima bringt schon jetzt die neuen Rezepte aus den Menükochbüchern der 90er Jahre. Auf 24 Extra-Seiten zum Raustrennen und Sammeln. Die Frauenzeitschrift Prima, jetzt neu mit Sammelkochbuch für Gastgeber und Genießer. Herkömmliche Gefrierbeutel bekommen oft winzige Löcher. Die Folge Gefrierbrand. Ein Verdachtnisprozess, den man nicht immer sieht. Nur Melitta Toppitz Gefrierbeutel sind aus Polaren. Und Polaren ist doppelt kälteelastisch. Der sichere Schutz vor Gefrierbrand. Melitta Toppitz. Außen Toppitz, Hinnengeschmack. Schmackos, der Augenblick voll Hundeglück. Ist es auch draußen, das haben wir trotzdem Spaß und gehen dann spazieren. Dass wir zusammen gehören, zeig ich dir gern. Und das am liebsten mit Schmackos. Schmackos, das sind die herzhaft fleischigen Snacks von Thomas. Zum Hundeglück gibt's Thomas. Sie waren der russischen Mofi auf den Fersen. Sie besuchten die wildesten Kneipen und die heißesten Adressen in der DDR. Sie verfolgten den Aufstieg des Popengels Lisa Stanfield. Sie fanden heraus, wie sich Sex und Mystik in den 90ern verbinden werden. Und sie packten alle Informationen in ein großes Heft. Tempo. Die Zeitschrift, hinter der alle her sind. Jetzt am Kiosk. Wenn alles mal wieder so richtig normal ist, dann ist es... Zeit für Swing. Swing, der Kaffee. Start im Geschmack. Frech, aufregend, anregend. Das Aroma macht die Musik. Swing Time, Baby, get the test. Swing Time, Baby, get the best. Swing Time, Baby, come and one. Swing Time, Baby, hold on down. Jakobs Café Swing. Das Aroma macht die Musik. 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 swap dein Pick. Das Aroma macht die Musik.